hallo zusammen i zocke hier in diesem video zeige ich euch die quest und zeit zu handeln anzunehmen bei baumhüter john im scherkrad an dieser position rechts unten im bild seht ihr zu jederzeit die koordinaten wo ich mich befinde vor quest war zeit zu verhandeln ich nehme die quest auf während des patches 9.0.5 also anfang schedule ends das ganze sollte aber euch auch helfen in bc classic falls nicht beschwerden bitte in die kommentare und oder auf twitch link dazu gibt es in der video beschreibung auf twitch bin ich zu sehen samstag und sonntag ab 6 winter früh und dienstag und donnerstag ab 17.15 beziehungsweise circa 17.15 da ist es ein bisschen rl arbeitsbedingt so bis jetzt habe ich keine ruder und hier seht ihr einen also soweit ich das noch in erinnerung habe sind diese ruder immer in der nähe von bäumen und versuchen die zu abschlagen abhacken zersägen zerstückeln kaputt machen wie auch immer auf jeden fall hauen die auf die bäume mit ihren äxten sind quasi oder die quest will ich euch jetzt nicht zeigen deshalb abwechern ich werde jetzt auf meinen flug mount steigen euch noch ein paar solcher mobs zeigen damit ihr seht dass es merve gibt also da ist noch einer natürlich nur unter der voraussetzung dass nicht andere spieler die mobs vor euch getötet haben das sind noch welche hier sind noch ein haufen und ihr seht das gebiet ist ziemlich groß wo diese ruder zu finden sind ich mache nun eine kurze unterwechung werde weiter diese mobs töten ich brauche ja noch acht stück und sobald ich alles zusammen habe werde ich mich wieder bei euch melden damit ihr seht wo und bei wem diese quest abzugeben ist solltet ihr es wissen wäre es trotzdem cool wenn ihr das video zu ende laufen lasst das würde meinen kanal sehr unterstützen also nicht wegschalten bis gleich da bin ich auch schon wieder das ganze ging bei mir super flott ich war allerdings auch der einzige in diesem quest gebiet falls ihr die quest in bc classic macht müsst ihr vermutlich diese mobs ein bisschen suchen weil mehr spieler das sein werden schätze ich quest ist abzugeben bei baumhüter john in scherkrad an dieser position hoffe mein video konnte euch helfen falls ja dürft ihr gerne auch mir helfen indem ihr das video positiv bewertet und oder meinen kanal abonniert dafür blende ich euch auch hier in der mitte zu einem abonnierknopf ein in der video beschreibung gibt es ja den link zu meinem twitch kanal nicht vergessen vielleicht sehen wir uns mal live es ist okay und dann